Hallo, hier ist der Christoph von Schnorres 58 und jetzt ist es soweit. Ich möchte mein Versprechen einlösen und ich möchte mein selbstgebautes EDC verlosen. Was müsst ihr tun, um ein Los zu bekommen? Das ist ganz einfach. Ihr schreibt unter dieses Video einfach, ich mache mit und schon habt ihr ein Los. Ihr solltet Abonnenten von meinem Kanal sein. Das Messer habe ich selbst gebaut. Die Klinge ist aus ATS 34 mit einer Rockwellhärte von 60 bis 61. Die Griffschalen sind aus G10 gegrubt, verschraubt, nicht verklebt. Man kann sie also auswechseln. Ich habe das Messer schon ausgiebig getestet. Die Verlosung läuft bis zum 29.10. Das ist nächste Woche Mittwoch, abends 0 Uhr. Am Donnerstag um 30.10. ist dann die Verlosung. Bis dorthin ist auch die Lederscheide fertig. Es wird eine schwarze Lederscheide dazu geben, eine Stecklederscheide, die man am Gürtel oder auch als Neckknife um den Hals tragen kann. Jo, ich hoffe, es machen recht viele mit. Das ist ein sehr gutes EDC. Ich habe es schon getestet. Es macht also alles mit. Und zur Größe möchte ich euch mal ein Rescue von Spyderco dazulegen, dass ihr ungefähr seht, wie groß das Messer ist. Es hat eine Klingelänge, die ist ungefähr 1 cm länger als das Spyderco. Und der Griff ist ungefähr 1 cm kürzer als beim Spyderco. Jo Leute, also. Die Verlosung läuft bis zum 29.10. Nächste Woche 0 Uhr. Mitmachen kann jeder Abonnent von mir. Und einfach unter das Video drunter schreiben, ich mache mit. Und schon hat man ein Los. Jo, dann wünsche ich euch allen viel Glück. Und bis dann nächste Woche. Tschüss. Tschüss.